Der Kryptomarkt steht mächtig unter Druck, auch der Bitcoin gibt ordentlich ab. Wir wollen uns den heute mal etwas genauer anschauen. Ist denn die Lage wirklich so hoffnungslos? Gibt es noch Rewon-Chancen oder kommt es? Ja, große Reset und vielleicht der absolute Totalverlust. Schadtechnisch wollen wir uns dieser Sache nähren. Der Kryptomarkt hat es bereits erwähnt. Jetzt hat man das erste Mal seit Januar 2021 wieder die Billionenmarktkapitalisierung erreicht. Zwei Billionen unter den Höchstständen, also ordentlich wurde da Kapital verbrannt. Zum Bitcoin schauen wir jetzt. Der ist aktueller Kurs knapp bei 23.000. Bewegt er sich nach den Abverkäufen, versucht er sich etwas zu stabilisieren. Wir blicken mal auf das große Shortbild, schauen welche Marken wieder geknackt werden müssen, welche besser nicht unterschritten werden. Das wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Wir sind hier im großen Shortbild Monatschart drin. Jede Kerze stellt hier einen Monat dar. Beim Bitcoin von den Höchststädten hier im November letzten Jahres bei knapp 68.000 haben wir uns doch schon ein ganz gutes Stück entfernt. Das ist jetzt von den Höchststädten gut 70% nach unten. Das ist immer, Kryptomarkt ist immer eine Achterbahnfahrt. Aber diesmal ist es schon ganz schön heftig. Kommt da wieder der Rebound zurück. Wir schauen hier mal auf diese Bereiche. Ich blende auch mal kurz die Jahrespivot-Punkte ein. Um die mal zu schauen. Der Jahrespivot-Punkt liegt bei ziemlich genau 48.000. Dort würde sich das Bild wieder merklich aufhören. Dann wäre sogar das Allzeithoch wieder drin. Und wir haben den S1. Den haben wir verletzt bei knapp 27.000. Das ist auch interessant. Also 26.900. Um genau zu sein, weil wir haben hier Orangstürze in dem 50er gleitenden Durchschnitt. Wir haben das Vormonatstief hier Mai auch in diesem Bereich. Also 26.900. 27.000. Das ist schon mal eine erste Marke, die wir uns hier mal vor Augen führen sollten. Wo wir rüberkommen müssten, im Schaubbild um die Sache wieder etwas aufzuhellen. Da hätten wir hier ziemlich genau die 30.000. Die war in der vergangenen Woche ja eine große umkämpfte Zone. Die würde dann in den Blickpunkt drücken. Und darüber habe ich auch die Reddrehs, wenn es mal drüber gelegt. Von der großen Bewegung, der Aufwärtsbewegung seit 2019 bis zum Allzeithoch. Wir haben das 23.600 bei 33.500. Und wir haben das getestet. 38.200 ziemlich genau bei 21.000. Das ist jetzt der aktuelle Tiefpunkt, wo wir uns stabilisiert haben. Direkt darunter auch der Hochpunkt hier zu sehen. Knapp unter der 20.000, fast 20.000 der Hochpunkt aus Ende 2017. Also hier merken wir schon, wo wir einige große Cluster, große Marken zusammenfassen können. Das ist hier dieser Bereich, der uns erhalten bleiben sollte. Der ganz wichtig ist, 21.000 und die 20.000. Diese Zone bitte nicht durchbrechen. Dann trübt sich die Sache weiter ein. Oberhalb wäre die Spanne aktiv hier im Monatschart. Richtung 27.000. Wie gesagt, der ist eins im jeweiligen Jahrespivot. Wir haben den 15er gleitenden Durchschnitt. Wir haben den horizontalen Support. Das wäre gut die 27.000 wiederzunehmen. Das ist immer die ersten, den ersten Cluster, den wir hier hätten. 20.000 horizontalen Support, Red Raysman 21.000. Wichtiger Kombi-Support, der im übergeordneten Bild verteidigt werden muss. Oberhalb bleibt die Spanne hier, also 27.000 aktiv. Im Idealfall kommen wir auf Monatsschlussbasis. Wäre zugleich auch Quartalsschluss. Wäre festseckend für die Signale. Bleiben wir oberhalb. Dann hätten wir die Range über die 30.000 aktiv. Hier wird ja die nächste Monatskerze ausgebildet. Das wäre dann Juli. Also das haben wir noch gut zwei Wochen. Dann hätten wir die Spanne aktiv zum Redrehsman 33.500. Und eben diesen Abwärtstrend, den wir jetzt haben seit dem letzten Jahr. Der wäre hier oben dann zu finden. Der ist ein bisschen höher. Wenn wir nächsten Monat den anlaufen, wäre das ungefähr 35.000. 33.500, 35.000. Das sind so einzelne Cluster hier im großen Short-Bild, die wir haben. Also hier zusammengefasst im Monatsschluss. Horizontale Support für das Bullish-Bild. Horizontale Support mit dem Hochpunkt 20.000. 17.000. 20.000. Mit dem wichtigen übergeordneten 38.000. Zwoorderträtsman 21.000. Muss halten. Dieser Kombisupport. Oberhalb haben wir die Spannung zum Kombi-Widerstand. Aktuell bei knapp 27.000. Dreifach-Widerstand ist das. Dort rüberkommen auf Monatsschlussbasis. Wäre schon mal positiv. Wäre wichtig hier hoch zu kommen über die 27.000. Darüber hätten wir den Cluster dann 30.000. Zum nächsten Kombi-Widerstand 33.500. 35.000. Abwärtstrend und eben das Reträtsman. Es wäre gut dort rüber zu kommen. Darüber ist wieder alles möglich. Darüber sind Rallye-Chancen möglich. Richtung Jahres-Pivot. 47.000. Eigentlich 48.000. Und darüber könnte man sogar direkt wieder erweitern. Also diese Zone muss geknackt für ein Bullish-Bild. Im nächsten Monat 33.500. Dort die große Aufhellung. Was nicht passieren darf, dass wir hier diesen Hochpunkt von 2017 nehmen. Das nächste Reträtsman verlieren. Dann müssen wir davon ausgehen, dass wir die nächste Abverkaufswelle sehen. in den Bereich 14.000 hinein. Auch zu Dresen 14.800. Aber wir haben hier auch unter 14.000 auch den Hochpunkt aus, was ist das? Das ist 2019. Dann wäre das unser nächster Cluster, den wir haben. Dann wird man in den 14.000er-Bereich schauen. Weitere 5.000 Punkte möglich. Falls wir die auch noch hergeben. Das ist das bärische Szenario. Ich zeige euch beide Seiten auf. Falls wir die auch noch hergeben, wären wir dann im Bereich der 10.000 nächstgrößere Zone. Das wäre das 61.800er-Dresen, also maximal Ausdehnung eigentlich. Viel tiefer darf es nicht gehen. Liegt bei 10.370. Zugleich kommt der eh mal 200. Der 200er-Gleitende Durchschnitt kommt auch hineingelaufen. Also schon auch ein starker Mehrfach-Support, der dann zu nennen wäre. Das sind die Szenarien, die wir haben. Im großen Monatschart jede Kerze ein Monat. Hier wäre die nächste Monatskerze Juli dann zu finden. 20.000, 21.000 wichtiger Kombi-Support. Darunter kippen wir in die roten Pfeile hinein. Bärisches Szenario Richtung 14.000, 14.500 Kombi-Support. Falls wir dort durchbrechen müssen, könnten wir fast die 10.000 tangieren. Nächste, wichtige Zone, 31.800er-Dresen und eben der EMA 200. Oberhalb, wie gesagt, bleibt die Chance aktiv. Ja, 27.000 wäre gut, wenn wir diese bereits nehmen könnten. Wieder auf Monatsschlussbasis. Dann wäre man das Spanne 30.000. Über die 30.000, so 33.000, 35.000. Dort ist wichtige Make-or-Break-Marke für die Bullen. Dort hält sich das Bild wieder auf. Gehen wir hinein in den Wochen-Shot, wo jetzt jede Kerze eine Woche, darstellt. Das Bild ist ein bisschen feiner. Hier ist nochmal der Hochpunkt zu sehen, 2017. Hier knapp, an der 20.000. Hier habe ich auch die gleitenden Durchschnitte drin. Und die passen ziemlich gut zu den Marken, die wir eben genannt haben. Hier die 27.000, ist der EMA 200 hier im Wochen-Shot. Auch der horizontale Support. Wir hatten den S1 im Jahres-Pivot. Also hier aus dieser Zone nochmal zu sehen, dass wir die 27.000 bitte schön nehmen müssen. Müssen über die 30.000, auch hier das Retreatsman zu erkennen, 33.500. Und eben der Abwärtstrend an der 35.000, den ich eben genannt habe. Und was kommt hier zusätzlich dazu im Wochen-Shot? Die Hunderter gleitenden Durchschnitte. Erstmal 100 und EMA 100 verstärken diesen Bereich, unterstreichen nochmal diesen Bereich. Möglich dann hier auch eine Keilformel zum Fallen. Der Keil wäre natürlich eher bullisch. Die Auflösung über die 35.000. Das ist jetzt hier aktuelle Woche. Wir stehen ein bisschen höher. Aber nächste Woche sind wir schon noch tiefer, 36.000. Übernächste Woche gehen wir Richtung 35.000. Das ist jetzt nicht das. Ich gehe nicht davon aus, dass wir heute oder morgen die 35.000 sind. Nein, ich gehe davon aus, dass es hier, wenn dann Richtung Monatsende geht, dann ist das hier eine Kombimarke über mehrere Zeitenebenen. Die wird bestätigt letztendlich, dass wir hier durchbrechen müssen. 33.500, 35.000. Das ist die Zone, die wir nehmen müssen. Am besten mit dem Monatswechsel wäre das super bullisch. Dann wären die wieder glücklich, die Bullen, die Krypto Bullen. Wir hätten hier im Fallen den Keil aufgelösen. Dann kann man in der Tat, kann ich mir alles hier in diesem Bereich vorstellen, dass wir hier einen großen Durchbruch sehen können. Eigentlich wollte ich einen Grünfall nehmen, egal. Da habe ich nicht immer noch die Grün. Ah, Entschuldigung. Den mache ich wieder weg hier. Ja, so hier, den großen Durchbruch wollte ich hier haben, dass man dann in der Tat die Bullen hier richtig wieder zulegen können, eine starke Aufwärtsbewegung einlernen kann. Ob man dann über die Hochpunkte kommt, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, ihr könnt einen richtigen Squeeze auf der Oberseite erleben. Also wie gesagt, Monatschart, den Cluster, die ich eben gesagt habe, hier bestätigen im kleineren Bildwochenschart nochmals die 100er gleitenden Durchschnitte, bestätigen die Zone hier ab der 35.000, 33.500, 35.000 Kombi-Widerstandszonen rüberkommen. Im Idealfall mit Monats- und Quartalschluss. Unterhalb haben wir die Spanne 30.000, so 27.000, die wir eben auch hatten im Monatschart. Das ist hier der EMA 200, darunter haben wir die Spanne zur 22.000, die wir aktuell umkämpfen. Und diese Keilunterkante zieht mich hier an der 20.000 am Hochpunkt von 2017. Sollte man nicht durchbrechen, diesen Keil, der eigentlich Bullisch ist auf der Unterseite. Wie gesagt, da bewegen wir uns in den Bereich hinein, den wir eben auch im Monatschart gesehen haben. Bereich 14.500, diese Zone, sollte man nicht durchbrechen. Brechen wir durch, müssen da, müssen wir mit weiteren 5.000 Punkte rechnen, brechen wir dort durch 10.300 im Blick, den wir auch eben gesehen haben im Monatschart. Ja, das ist das aktuelle Bild beim Bitkom, übergeordnete Bild. Soll ich es nochmal kurz zusammenfassen? Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Also 21.000, 20.000, bitte nicht durchbrechen. Da sind weitere 5.000 Punkte auf der Unterseite möglich. Falls wir die auch noch hergeben, Probleme um 14.500 bekommen. Große, wichtige Zone, 10.300 darunter. Da gehen die Lichter wirklich langsam aus. Alles oberhalb sind wir in dieser Keilformation, die Bullisch angehaucht ist. Dann haben wir diese Wellen nach unten. Es wäre dann fällig, diese auch mal dann aufzulösen. Dann könnte man hier diese Auflösung suchen und das Bullische Bild suchen und finden. Dafür muss eben die 20.000, 21.000 verteidigt werden. 27.000 wichtige Zwischenzone, kommen wir über die 27.000 schon rüber. Idealfall schon im Bestätigten auf Monatsschlussbasis. Dann haben wir über die 30.000. Den nächsten Kombi-Widerstand 33.500, 35.000. Auch wieder mehrfach Widerstand 35.000 im Fokus. Und dann könnte man, wie gesagt, diesen Keil eben auflösen. Und das wäre das absolut bullische Szenario, was ich euch eben schon gezeigt habe, auf was die Bullen hoffen werden. Die Krypto-Bullen und die Bitcoin-Bullen. Und dann wäre nämlich alles wieder möglich. Das ist das Szenario der Bullen. Das ist das Szenario der Bären. Es gilt, diesen Keil jetzt zu verteidigen. Das war das kurze Update zum Bitcoin. Gerne gibt es mehr auf tradingportal.net im Trading-Shirt. Seid ihr gerne eingeladen, mit vorbeizuschauen. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao.